Ja Freunde, heute ist Tag, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hat Vincent Maum Geburtstag, deswegen waren wir jetzt gerade einkaufen und haben ganz viel geilen Stuff gekauft. Nachdem wir für Vincent eingekauft hatten, machten wir uns auf den Weg nach Caen in der Normandie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach dem Mittagessen fuhren wir dann weiter in Richtung Ost und in Richtung Heimat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020